Die Schwarze Elster Obersorbisch Conny Halsfrau ist ein 179 Kilometer langer, rechter Nebenfluss der Elbe in den deutschen Bundesländern Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Der ursprünglich stark meandrierende Verlauf des im Lausitzer Bergland entspringenden und schließlich bei Elster in die Elbe mündenden Flusses wurde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durch Regulierungs- und Begradungsmaßnahmen stark verändert. Zahlreiche Seitenarme wurden abgetrennt, so dass er in der Gegenwart als einer der am meisten eingeengten Flüsse Europas gilt. Unter anderem bis in die 1980er Jahre anhaltende starke Umweltbelastungen durch die am Fluss angesiedelte Industrie führten dazu, dass der einst reiche Fischbestand der Schwarzen Elster nahezu ausgerottet wurde. Geografie Der Fluss entspringt im Lausitzer Bergland auf einer Höhe von 317 Meter Ü. NN an der Ostflanke der 396 Meter hohen Kuppe, einem Nebengipfel des Hochsteins. Die Quelle befindet sich etwa 1,5 Kilometer südlich der zu Elstra gehörende Nordschaft Kindisch. Von dort fließt die Schwarze Elster zunächst in nördlicher Richtung durch Elstra, Kamenz, Milchstrich und Wittichenau. Ab Heuerswedar fließt sie in Richtung Westen nach Elsterheide. Im weiteren Verlauf passiert sie nach 63 Kilometern die Sächsisch-Brandenburgische Grenze. Direkt nach der Grenze überquert die Schwarze Elster zwischen Groß und Klein Koschen in einem Wasserstraßenkreuz den Koschener Kanal. Dann fließt sie durch Senftenberg und Ruland nach Lauchhammer. Dort erreicht sie mit dem etwa 15.000 Hektar umfassenden Schraden das Mündungsbiet der Pulsnitz. Nachdem die Schwarze Elster bei Elsterwerder die mit sieben Kilometern engste Stelle des Breslau-Magdeburger Urstromtals passiert hat, schwenkt sie in nordwestliche Richtung und durchfließt in der Elbe Elster-Niederung unter anderem die Städte Bad Liebenwerder, Herzberg und Jessen. Sie mündet bei Flusskilometer 198,5 auf einer Höhe von 69 Meter ü. N.N. nahe der Gemeinde Elster in die Elbe. Die wichtigsten Nebenflüsse der Schwarzen Elster sind das Hoyerswerder-Schwarzwasser, die Pulsnitz, die Große Röder, die Kleinelster sowie das Schweinitzer Fließ. Größter Nebenfluss ist die Große Röder mit 105 Kilometer Länge und einem Einzugsgebiet von über 935 Quadratkilometer. Diese mündet zwischen Saathain und Würdenhain linksseitig in den Fluss. Geologie Das zum Lausitzer Bergland gehörende Quellgebiet der Schwarzen Elster ist gekennzeichnet durch Granite und Grauwacken des wahres Zischen Grundgebirges. Der Anteil des Mittelgebirgsabschnittes mit einem durchschnittlichen Sohlgefälle von ist jedoch gering. Unterhalb von Kamenz durchfließt die Schwarze Elster ein vorwiegend durch die Pleistozänen-Ablagerungen der Elster- und Saale-Kaltzeit geprägtes Ab Hoyerswerder bis zu ihrer Mündung in die Elbe durchfließt sie mit einem durchschnittlichen Sohlgefälle von Null. Das 20 bis 30 Kilometer breite Wartezeitliche Lausitzer Urstromtal, das Flussbett, ist in diesem Bereich in fluvialen Sanden angelegt. Die Wasserscheide zum nördlich gelegenen Einzugsgebiet von Havel und Spree bildet der Lausitzer Grenzwall. Dort stehen in erster Linie glazifluviale Ablagerungen an. Die tertiären Braunkohlenvorkommen zwischen Hoyerswerder und Lauchhammer sind von wirtschaftlicher Bedeutung. Geschichte, Etymologie und Namensvetter auch wenn der gleichnamige Vogel zum Teil in den Stadtwappen der am Fluss liegenden Orte dargestellt wird, hat dieser nichts mit dem Namen des Flusses zu tun. Er gehört vielmehr mit seiner Grundform Alastra oder Alistra zum indogermanischen L.O.L. für Fließen, Strömen mit der germanischen Endungsstraße. Flussnamen, die auf die gleiche Grundform zurückgehen, gibt es in ganz Europa. Mit der aus Tschechien im Elstergebirge entspringenden und in die Saale mündenden Weißen Elster kommt die Schwarze Elster nicht in Berührung. Den Beinamen Weiß erhebt die Weiße Elster wegen des Schwarzbaches, der bei Adolf in die Weiße Elster mündet. Geschichtlich-politische Bedeutung Die Schwarze Elster bildete ursprünglich große Teile der südlichen Grenze der sächsischen Ostmark, die im Jahre 937 unter dem deutschen König Otto I. entstanden war. Im 11. Jahrhundert war sie zeitweise Grenzfluss zwischen deutschen und polnischen Herrschaftsgebieten und auch die Grenze zwischen der Niederlausitz. Und der Oberlausitz folgt ab Lauchhammer bis etwa Gaierswalde dem Verlauf der Schwarzen Elster. Mit dem im 12. Jahrhundert begonnenen deutschen Landesausbau entstanden entlang der Schwarzen Elster zahlreiche Burgen und Befestigungsanlagen, welche die Flussübergänge und die dort entlang führenden Herr- und Handelsstraßen schützen sollten, die Elsterregulierung. Anfänge auf Klagen über Schäden durch Überflutungen an der Schwarzen Elster erfolgte im Jahr 1559 auf Anweisung von Kurfürst August von Sachsen eine erste Bereisung des Flusses. Als Ergebnis dieser ersten In-Augen-Scheinnahme erließ er 1561 die Verordnung von Mühlensachen. In dieser Verordnung wurde die Schwarze Elster in 170 Abschnitte eingeteilt. Jede der 17 Elster-Mühlen ab Liebenwerder erhielt die genaue Vorschrift, inwieweit das Wasser einzudämmen sei, wie hoch die Schutzbritter sein durften und so weiter, jede Mühle erhielt einen Eichfall. Der für den betreffenden Flussabschnitt die Auslastung und die vorhandene Energiekapazität festlegte. Die Müller handelten jedoch oft weiterhin nach ihrem eigenen Gutdünken. Aus den sich daraus ergebenden Klagen wurde die Verordnung erweitert und 1772 Dekasekunden Interimsmühlen regulativ für die Schwarze Elster erlassen. 42 Paragrafen legten fest, wie sich Müller und Besitzer der Mühlen bei steigendem Wasser zu verhalten hatten. Ebenso wurden die genehmigte Stauhöhe und die Strafen bei Nicht-Einhaltung der Vorschriften festgelegt. 19. Jahrhundert – Mittelauf Die größten Veränderungen erfuhr der Fluss im 19. und 20. Jahrhundert. Ziele waren neben der Eindämmung von Hochwasserereignissen die Steigerung von landwirtschaftlichen Erträgen und die Ableitung von abwässern des aufkommenden Braunkohletagebaus und die Einleitungen durch die Industrialisierung. Ursprünglich sollte im Anschluss an das im Jahr 1772 erlassene Mühlen regulativ für jede der Elstermühlen eine eigene Verordnung erlassen werden. Als Ergebnis des Wiener Kongresses gehörten jedoch im Jahr 1815 viele Gebiete entlang des Flusses zum Königreich Preußen, so dass es dazu nicht mehr kam. Die preußische Provinzialregierung versuchte zwar schon 1817 Pläne für eine Regulierung zu entwickeln, aber erst 1852 wurde der Verband zur Regulierung der Schwarzen Elster gegründet und das Gesetz zur Regulierung der Schwarzen Elster erlassen. Der bereits 1848 mit der Regulierung beauftragte Regierungsrat von Funk befürwortete 1850 nach einer Besichtigung des Flusses eine Melioration bis zu Elster Mühle-Arns-Nistar. In den Jahren 1851, 52. beantragten die Gemeinden Hoyerswäder und Schweinitz, dass die geplanten Maßnahmen auch für gelten sollten. Der Beitritt wurde jedoch beiden Orten versagt, da sie sich im Vorfeld gegen eine Regulierung ausgesprochen hatten. Eine Regulierung des Unterlaufs wurde damals nicht in Betracht gezogen. Am 10. Mai 1852 begannen 150 Mann bei Zaya mit den ersten Erdarbeiten für den von Wasserbauinspektor Röder geplanten 90 Kilometer lang Abschnitt zwischen Tetschwitz und Arns-Nistar. Bis ins Jahr 1855 stieg die Anzahl der Beschäftigtenarbeiter auf bis zu 1400. Da dies jedoch nicht für einen zügigen Abschluss der Arbeiten ausreichte, wurde erstmals der Einsatz von Dampfbaggern diskutiert. Verschiedene Interessenkonflikte führten immer wieder zu Verzögerungen. So beantragte 1856 die Stadt Sanftenberg eine Verlegung der Fließrichtung entgegen den ursprünglichen Plänen, Um die Überschwemmungsgefahr für den Ort zu reduzieren, Regierungsrat von Funk schrieb hierzu, Die Schwierigkeiten der Älsterregulierung werden in nicht geringem Maße dadurch erhöht, dass die Beteiligten sich von dem Regulierungsplane vor seiner Ausführung kein klares Bild machen und nun gar zu oft mit Lebhaftigkeit einen Antrag stellen und durchzuführen streben, den sie, wenn ihnen endlich gewillfert wird, wieder fallen lassen, um mit gleicher Lebhaftigkeit das Gegenteil ihres früheren Antrags zur Geltung bringen suchen. Zum Teil mag dies auch daher kommen, dass die Zahl der Beteiligten sehr groß ist und wie alles Irdische hin und her schwankt, auf bald die eine, bald die andere Meinung in den einzelnen Ortschaften nach oben kommt und dann mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln sich Boden zu verschaffen, sucht. So ging es vom ersten Beginn der Älsterregulierungsarbeiten her und so scheint es erst mit ihrem Schluss endigen zu wollen. Auch erhöhten Schäden durch Hochwasser eher an den zunächst umzureichend ausgeführten Deichanlagen die Kosten für den Bau und verzögerten ihn. Zusätzlich, während eines Eisganges im Jahr 1861 brachen die Deiche an zehn Stellen. Ein schweres Sommerhochwasser im selben Jahr unterbrach die Arbeiten erneut. Im Jahr 1863 brach bei einer Eisversetzung ein Deich bei Herzberg. Als Konsequenz dieser Ereignisse hielt Wasserbauinspektor Röder eine Erhöhung der Deiche für unumgänglich, schlug aber aus Kostengründen eine Vertiefung des Flussbettes vor. Bereits nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes im März 1863 waren einzelne Nachbesserungen notwendig. In den Jahren 1863-64 erfolgte dann die Regulierung des Flusses zwischen Arnsnester und Premsendorf. Dies war jedoch nur mit einer Beteiligung der damaligen Eisenbahngesellschaft an den Gesamtkosten möglich. Die Schulden des Verbandes betrugen am Ende der ersten Regulierung 808 344 Thaler. 19. 20. Jahrhundert Unterlauf Bereits bei der Inkraftsetzung des Gesetzes zur Regulierung der Schwarzen Elster war festgestellt worden, dass Hochwässer durch die Begradigung des Flusslaufs dem Unterlauf schneller zugeführt würden. Neben diesen erwarteten Folgen führte ein abgesenkter Grundwasserspiegel in den regulierten Gebieten zu Einbußen in der Landwirtschaft. Die Trockenlegung ehemaliger Überflutungsflächen bedeutete große Nachteile für Flora und Fauna. Die intensiv betriebene Fischerei am Fluss erlitt erhebliche Einbußen. Eine Verstärkung des Braunkohletagebaus am Ober- und Mittellauf verschärfte die Situation am Unterlauf in den folgenden Jahren zusätzlich. Ehemals trockene Flächen waren einer dauerhaften Vernießung durch Grundwasseranstieg und Überflutung ausgesetzt. Das Hochwasser 1895 und eine schwere Eisgang im März 1900 sorgten letztlich für die Regulierung des Unterlaufs. Der mit dem Projekt beauftragte Meliorationsbeamte Neumann legte 1902 die Entwürfe zur Regulierung von Premsendorf bis zur Mündung vor. Die Anlieger und Interessenten wollten jedoch erst, dass nur die Mühlen und die Stauwerke abgerissen werden, um zu sehen, wie sich die Bedingungen danach änderten. Nach einem schweren Hochwasser im Jahr 1907 brachen oberhalb von Premsendorf drei Deiche, weite Überschwemmungen waren die Folge. Der damalige Landrat in Herzberg, Freiherr von Palombini, der bereits in den vorangegangenen Jahren die Älsterregulierung befürwortet hatte, bat erneut um finanzielle Beihilfen zur Verwirklichung des Projektes. Die durch das Hochwasserereignis betroffenen Gemeinden unterzeichneten eine Petition, in der sie eine schnellstmögliche Regulierung und den Kreis Schweinitz als Träger dieser Maßnahme vorschlugen. 1908 legte Neumann den überarbeiteten Entwurf zur Regulierung vor. Die Gesamtkosten sollten 400.000 Mark betragen. Nach einer ersten Bewilligung von 70.000 Mark im Jahr 1911 wurde die Eisenbahnbrücke bei Premsendorf neu gebaut. 1912 begannen erste Ausbaggerungsarbeiten in der Nähe von Gosdorf. Bis zum Kriegsbeginn 1914 waren mehrere Durchstiche am meandernden Flusslauf fertiggestellt. Einem sich abzeichnendem Arbeitskräftemangel wurde mit der Heranziehung von Arbeitslosen entgegengewirkt. Durch die Maßnahmen kam es zu einer merklichen Grundwasserabsenkung und deutlich schnelleren Absenkung von hohen Wasserständen. Zu einer Unterbrechung der Arbeiten kam es erst in den Jahren 1917-18 durch den kriegsbedingten Mangel an Arbeitskräften. Aber auch durch einen sehr strengen Winter, im Jahr 1921 konnten die Arbeiten bis auf den Umbau des Jessener Mühlenstaus beendet werden. Schwere Schäden durch ein Hochwasser im Jahr zuvor sorgten jedoch für Forderungen nach weiteren Ausbaumaßnahmen. So verursachten Versandungen des neuen Flussbettes immer wieder einen gemintärten Wasserabfluss. Die Strecke zwischen Premsendorf und Kremitz versandete fast bis zur Uferhöhe. 1921 stellte der Meliorationstechniker Winter einen weiteren Entwurf zum Umbau des Flussbettes vor, der aber bis 1927 nicht realisiert wurde. Am 23. August 1927 begann die Nachregulierung zwischen Gosdorf und Premsendorf mit einer Bauzeit von vier Jahren. Am Bau waren insgesamt 300 Arbeiter beschäftigt, davon 30 Kriegsgefangene. Elfe der insgesamt 36 Kilometer waren im November 1928 fertiggestellt. Aufgrund der steigenden Kosten für die Regulierung wurde wiederholt eine Beteiligung des Bergbaus an den Ausgaben gefordert. Im September 1931 war der nach dem Entwurf geplante Abschnitt reguliert. Die anfangs mit den Arbeiten beauftragte Firma Extrem aus Hamburg war zwischenzeitlich in Konkurs gegangen, so dass ab 1930 die Firma Gurls und Amp-Börner den Auftrag vollendete. Insgesamt wurden 800.000 Kubikmeter Erdreich gefördert, wovon rund 150.000 in den Deich von 20 Kilometer Länge verbaut wurden. Zur Entwässerung der abgeschnittenen Polder wurden 10 Siele und 28 Durchlässe gebaut. 20. Jahrhundert Mittellauf Nachdem der Unterlauf der Schwarzen Elster reguliert war, zeigte sich am Mittellauf des Flusses, dass ohne ständige Unterhaltungsmaßnahmen eine verzögerungsfreie Abführung von Hochwässern dauerhaft nicht möglich war. So führten Versandungen, Uferabbrüche und Bewuchs zur Umsetzung von mehreren Sonderplänen. Sonderplan nie betraf die Strecke am Mittellauf zwischen Premsendorf und Herzberg. Die Arbeiten begannen 1930 und wurden 1931 bei Herzberg unterbrochen. 1932 trat Sonderplan 2 zur Räumung der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und Bad Liebenwerda in Kraft. In den Jahren 1933 und 1935 wurden mit den Sonderplänen 2 und VI die erforderlichen Maßnahmen in den Bereichen zwischen Bad Liebenwerda und München, sowie zwischen Bad Liebenwerda und Plessa umgesetzt. Zwischen Neuwiese und Heuerzwälder wurde der Fluss bis 1933 ausgebaut. Der verbleibende Abschnitt bis zur sächsisch-preußischen Grenze befand sich bereits in der Regulierung. Für den Abschnitt Plessa-Bielen wurde 1935 in der Elstergenossenschaft ein Sonderplan V diskutiert. Für die Arbeiten wurden unter anderem der Freiwillige Arbeitsdienst und dessen Nachfolgeorganisation der Reichsarbeitsdienst eingesetzt. 20. Jahrhundert Oberlauf die Schwarze Elster zwischen Wittichenau bis zur Quelle verblieb nach dem Wiener Kongress im Königreich Sachsen. Wie auch im Unter- und Mittellauf des Flusses sorgten Überflutungen für größere Schäden. Auch dort wurden der stark meandernde Verlauf aber auch Verbauungen durch Mühlenstau als Ursache festgestellt. Im Dezember 1912 wurden zwei Unterhaltungsgenossenschaften auf Grundlage des Sächsischen Wassergesetzes von 1909 gegründet. Deren Aufgabe war die Unterhaltung der Schwarzen Elster und der dazugehörigen Flutrinnen sowie der Hochwasserschutzanlagen. Die Reinhaltung des Wasserlaufbettes und den Schutz der im Bereiche gelegenen Grundstücke vor Uferangriff, Überschwemmung, Eisgang und Versumpfung sicherzustellen. Nach dem schweren Hochwasser 1926 wurde vom Straßen- und Wasserbauamt in Bautzen der Bau einer durchgehenden Flutrinne zwischen der Landesgrenze und Jesau vorgeschlagen. Die Kosten für den Bau übernahmen zu einem Viertel die Unterhaltungsgenossenschaft. 15.000 Mark wurden vom Sächsischen Finanzministerium bereitgestellt. Bis auf einen Abschnitt bei Millstrich konnten die Arbeiten 1929 abgeschlossen werden. Dort hatten die Bewohner Widerspruch gegen das Vorhaben erhoben. Da aber auch keine durchgehende Flutrinne auf dem gesamten sächsischen Flussgebiet geschaffen wurde, sollte dies 1929 auf Vorschlag der Abteilung für Landwirtschaft bei der Unterhaltungsgenossenschaft durchgesetzt werden. Die Planungen wurden ab 1930 auch mit der betroffenen Bevölkerung diskutiert. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten konnten die Pläne vorerst nicht umgesetzt werden. Erst Anfang 1933 wurde mit Beihilfen aus dem Papenprogramm und einem Darlehen der Deutsche Bodenkultur-Aktiengesellschaft in Berlin mit dem Bau begonnen. Der zu regulierende Flussabschnitt wurde in zwei Baulose aufgeteilt. Baulose umfasste den Bereich zwischen Kamenz und Millstrich und wurde durch die Firma Zentra aus Dresden übernommen. Im Mai 1934 konnten die Arbeiten dort beendet werden. Das Baulose II übernahm die Firma Günther aus Dresden. Es umfasste den Teil zwischen Millstrich und der Landesgrenze. Die Firma beendete ihre Arbeiten dort am 29. März 1934. Letzte Meliorationen erfolgten im Umland bis 1935. Die gesamten Baukosten beliefen sich dort auf 907.647. 22 Reichsmark und wurden durch Darlehen, den sächsischen Staat und aus dem Papenprogramm finanziert. Hochwasser Die Bewohner der Siedlungen am Fluss hatten sich schon in der frühen Neuzeit auf die alljährlich wiederkehrenden Hochwasser eingestellt. Einerseits wurden durch Nährstoffablagerungen auf den überfluteten Flächen diese fruchtbarer und für die betriebene Weidehaltung von wie wertvoller. Andererseits entstanden bei extremen Ereignissen schwere Schäden an Gebäuden. Menschenleben waren zu beklagen und die Saat auf landwirtschaftlich genutzten Flächen wurde durch das lange stehende Wasser zunichte gemacht. Gut dokumentiert sind Hochwasserereignisse ab etwa Mitte des 18. Jahrhunderts. In dieser Zeit wird von fünf bedeutenden Ereignissen in den Jahren 1771, 1772, 1784, 1785 und 1799 berichtet. Bei denen durch Dammbrüche die angrenzenden Gebiete überflutet wurden. Aus dem 19. Jahrhundert sind neben kleineren Ereignissen insgesamt 13 schwere Hochwässer bekannt mit Überflutung in den Jahren 1827, 1830, 1831, 1845, 1851, 1854, 1861, 1862, 1867, 1871, 1880, 1881 und 1895. Im 20. Jahrhundert sind Hochwasserereignisse aus dem Jahre 1907, 1909, 1929, 1926, 1927 durch ihre Größe bekannt geworden. Verheerend war das Hochwasser im Sommer 1926. Es betraf neben der Schwarzen Elster auch ihre Nebenflüsse. Die Pulsnitz, die Große und die Kleine Röder sowie die Kleine Elster. Allein im Überschwemmungsgebiet des damaligen Landkreises Bad Liebenwerder wurden in jenem Jahr zwei Drittel der Ernte vernichtet. Weiter flussabwärts wurde im Bereich Mönchenhöfe von bis zu 144 Hektar überfluteter Fläche berichtet. Die letzten großen Hochwässer ereigneten sich 2010 Elftel sowie im Jahr 2013 als die Deiche am Fluss bei Gorsdorf, Schweinitz und bei Arnsnister linksseitig brachen am Fluss werden insgesamt acht offizielle Pegelstationen betrieben. Ökologische Situation Siehe auch Liste der Gewässer in Sachsen, Liste von Flüssen und Kanälen in Brandenburg, Liste der Gewässer in Sachsen-Anhalt. Wassergüte und Gewässerstruktur Nach dem Rückgang des Braunkohletagebaus und einer deutlichen Verringerung der Einleitung von Abwässern der Industrie wurde in den Jahren nach 1990 eine Verbesserung der Gewässergüte festgestellt. Einer sich abzeichnenden Verringerung des Sauerstoffgehaltes durch jetzt häufiger auftretende Niedrigwasser im Sommerhalbjahr wurde mit dem Einbau von Sohlschwellen im Flussbett entgegengewirkt. Gleichzeitig sollten diese die Gewässerstruktur verbessern. In der biologischen Gewässergüte-Karte der Bundesrepublik Deutschland wird die schwarze Ätster als mäßig belastetes Gewässer ausgewiesen. Dies entspricht der Güte-Klasse 2. Die Gewässerstruktur wird im Gewässergüteatlas mit den Strukturklassen 3 bis 5 beschrieben. Renaturierung, Revitalisierung Die Schwarze Ätster gilt als einer der am meisten eingeengten Flüsse Mitteleuropas. Erste Maßnahmen zur Revitalisierung des Fließgewässers waren die im Unterlauf eingebrachten Sohlschwellen. Am 27. September 2007 fand die erste Schwarze Ätster-Konferenz unter dem Motto Aqua EST Vita, Wasser ist Leben statt. Nach der zweiten Konferenz am 17. November 2008 wurde im März 2010 eine Arbeitsgemeinschaft Schwarze Ätster gegründet, die die Renaturierung nach den Erfahrungen bei der kleinen Ätster umsetzen will. Weitere Renaturierungsvorhaben in der Schwarze Ätster-Niederung begannen am Altwasser Borken im Dezember 2008. In den darauffolgenden Jahren wurden Vorhaben dieser Art am alten Hechtzug bei Elsterwerder, am Krebsscherenaltar am Neumühl und am Altwasser in den langen Naundorfer Elsterbrüchen umgesetzt. Nach dem Elsterhochwasser 2010 begannen umfangreiche Planungen zum Hochwasserschutz und zu einer damit möglichen Revitalisierung einzelner Flussabschnitte 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 Flussabschnitte